Hallo und willkommen zurück bei Sekiro Shadow Died Weiß. Da sind wir durchgelaufen und da hinten, da hinter, also da hinten quasi, wo jetzt gerade der Kopf ist, da war der Hof, in dem wir gegen den Reiter gekämpft haben. Gionuba oder wie der hieß. Und ja, da wollen wir hin. Wir sind wirklich jetzt hier so zickzack, zack, 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 da hingegangen. Gut, warum sind wir hier? Ich habe mir nur ein bisschen rumgelaufen, just for fun, und habe dann das hier gesehen, und das wollte ich mit euch gemeinsam einsammeln, denn hier habe ich ein Item liegen lassen. Okay. Ähm, ich überlege gerade. Ne, wir wollten nämlich zu Emma, bevor ich jetzt so einen Quatsch mache, wir wollten zu Emma und der das Blut von der Frau geben, die ja ebenfalls an der Drachenfäule erkrankt ist. Horizon. Maroder Tempel. Okay. Archinaumland, okay. Hey, Emma. Hey, Emma. Verlasst euch darauf. Okay. Auf Wiedersehen. Ciao. Na gut, viel Erfolg dabei. Ähm, okay. Haben wir das gemacht. Reisen. Äh, Archinaumland. Archinaburg. Das war es aber auch mit dem, mit Archina, ne? Also es ist kein Platz mehr. Okay, wir haben es ja geschafft und den Boss besiegt am Ende. Wie auch immer wir das gemacht haben. War wieder ein bisschen Glück dabei. Geht das hier noch weg oder muss ich, äh, einmal, ich muss einmal heller machen, ne? So. Übrigens jetzt wieder eine Aufnahme ohne Stream, weil ich im Hintergrund die ganzen Videos hochlade. Jetzt haben wir den Weg und wir haben hier den Weg. Wir gehen erstmal da hoch, denn da war ja ein NPC, der sich in diesem komischen Raum aufgehalten hat. Übrigens hier nochmal ein paar Leichen. Also ein Schlachtfeld auf jeden Fall. Von da oben kommen wir ja. Frage ist jetzt, haben wir hier noch irgendwo was? Geht das Tor vielleicht auf? Ne, schade. Okay. Aber hier ist noch ein Item. Handvoll Asche, okay. Ja, war im Letzten im Nachhinein gar nicht so schwer der Kampf, oder? Wenn man sich so ein bisschen darauf eingelassen hat. Ich hätte wesentlich mehr parieren müssen. Generell, das Problem werden wir bis zum Ende haben. Dass ich viel zu sehr auf Dark Souls spiele. Okay. Hier haben wir gar nichts, oder? Nö. Ach, da waren wir ja. Ach, da ist die kaputte Brücke. Guck mal, da sind wir runtergegangen. Da sind wir runtergegangen und dann da rumgeschnickelt. Haben gegen die Schlange gekämpft und sind da hinten wieder hochgekommen. Okay. Na gut, wen haben wir hier? Noch eine Ratte. Aber diese Augen. Ein hungriger Wolf. Verrate mir deinen Namen, bevor ich dich töte. Verrate mir deinen Namen! Du hast keinen Namen? Ihr Shinobi seid doch alle gleich. Ihr sterbt alle ohne einen Namen und ohne jemanden, der um euch trauert. Aber... Dein linker Arm, eine Shinobi-Armprothese, das erinnert mich an. Ich sehe einen einarmigen Wolf. Gefällt mir. Das heißt... Sekiro, so nenne ich dich. Wer seid ihr? Ich bin der Tengu von Ashina. Komm, Sekiro. Willst du ein paar Ratten mit mir jagen? Was? Ratten haben sich nach Ashina geschlichen. Wieseln hindurch, als würde hier alles ihnen gehören. Es gibt alle Arten von Ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden. Es scheint, dass du ein Talent für das Töten hast. Lass mich dir helfen, dein Talent zu verbessern. Wie entscheidest du dich, Sekiro? Wirst du Ratten mit mir jagen? Also erst einmal ist der riesig. Warum ist der so groß? Er hat ein sehr cooles Katana. Und... Ja. Er hat auf jeden Fall auch wieder... Also... Was sehr interessant ist, dass Emma in dieser Flüster-Szene... Bin ich gar nicht drauf eingegangen. Hat sie ja den Bildhauer Urang-Utan genannt. Just saying. Und er hat uns auf jeden Fall erkannt. Also beziehungsweise er hat an der Prothese den Bildhauer erkannt. Da gehe ich mal fest von aus. Oh Gott. Großartig. Die wirst du brauchen, wenn du mit mir kommst, Sekiro. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Aschina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Ratten Attentäter aus dem Zenpu-Tempel. Klein, tragen Bambushüte. Viele Ratten lungern herum, zuletzt nahe dem Aschina-Burg-Tor gesichtet. Was sind's? Ein Ratten-Gesicht. Und wo es sich versteckt. Geh und töte sie. Ich gebe dir etwas Nützliches für zukünftige Kämpfe, wenn du das erledigst. Okay. Geh und töte sie. Ich gebe dir... Na gut, das ist ja eine spannende Aufgabe. Kügelchen. Okay. Äh. Okay. Wofür das hier jetzt hin, bitte? Oha. Wir sind wieder oben. Von hier sind wir runtergesprungen. Aber okay, da war noch eine Frau. Hallo? Geh und töten. Ah, ihr habt überlebt? Dann ist dieser verdammte Gehobu wohl endlich tot? Wisst ihr, das ändert gar nichts. Es wird weitere Kriege geben. Weitere Leichen. Tiefsitzender Hass wird um sich greifen. Wo soll der ganze Hass hin? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Scheinbar nicht. Dann tut ihr mir leid. So wie auch er mir leid tat. Ich finde das sehr cool, dass der Charakter einfach nicht sagt. Es passt irgendwie zum Shinobu. Äh, Shinobu. Shinobi. Shinobu. Es passt zu einem Shinobi und irgendwie sorgt er auch immer dafür, dass die Charaktere ihre eigenen Gedanken komplett frei entfalten. Also die, mit denen wir sprechen. Ich finde das irgendwie cool. Nun denn, hinfort mit euch. Der Krieg wird nie enden. Ganz gleich, was diese alte Hexe sagt. Deine Pflichten werden sich auch nicht ändern. So ist es nun mal. Nun denn, der kleine, so ich. Na gut. Wer ist hier nicht? Hm. Leichter Geldbeutel, okay. Macht das Sinn, dass ich hier oben bin? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Äh. Hallo? Als wäre es hier vollkommen bedeutungslos. Ach so, hier geht es hoch. Das ist doch keine Treppe. Hä? Ah, eine Kiste. Nice. Eine Gebetsperle. Really? Alter. Was ein geiles Versteck, das einfach ist. Ich bin schon, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen angetan. Wie klappt mein, mein Umschaltknopf auf dem Stream Deck gerade gar nicht? Ähm. Irgendwie bin ich angetan von dem Spiel aktuell. Das macht mir gerade echt eine Menge Spaß. Siki, du. Okay. Cool. So, wie war die Beschreibung jetzt nochmal? Äh, nee, das Archiener Burgtors. Das ist doch hier, oder? Das wäre ja hier. Irgendwo. Na doch, ich hab schon Bock. Scheinbar, es ist ihm wirklich schwer krank. Ah. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Sind die das? Eine Sache mal eben, ja, bevor wir jetzt den Kampf machen, wartet mal, ich würde gerne erst lauschen. Lass uns die mal erst belauschen, sicherheitshalber. Ciao. Scheinbar, es ist ihn wirklich schwer krank. Ah, das Land der Ashina wird nicht länger bestehen. Nicht einmal mit Genichiro auf unserer Seite. Was ist mit unserer anderen Mission? Der Schwarzhut kämpft wie ein Dämon auf der Schlangentalseite der Burg. Dorthin gehen wir als nächstes. Aber verliere nicht den Kopf. Der Schwarzhut-Dachs wird sich nicht kampflos ergeben. Schwarzhut-Dachs. Okay. Schwarzhut-Dachs. 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 Shhh, shhh, shhh Sind das die Ratten die der meinte? I don't know Quasi Schießprover, okay Was mache ich jetzt gegen den? Aaaaah Okay, stopp Okay, stopp Waren die das jetzt? Wir haben jetzt kein Feedback bekommen, ob das richtig war oder nicht Au, junger Ich muss es jedes Mal wieder rausgeben... Ich mache es die Töne Die Töne Ciao Oh, cool I have the high ground Ciao So, jetzt ist die große Frage Waren das die Nee, nee, nee Okay Waren das die gesuchten Strohhüte? Ich finde das Laufen so lustig Also wie gesagt, ich streame gerade nicht nebenbei Weil ich die Videos hochlade Die ersten vier Damit wir ein bisschen dabei kommen Und ich habe auch überlegt, dass ich die Sehr zügig auf YouTube bringe Weil ja Elden Ring bald kommt Wäre ja ganz cool, wenn vorher schon ein paar Videos veröffentlicht sind Sieht aus, als hättest du doch ein paar Ratten gefangen Ich wusste doch, dass du Talent fürs Töten hast Wunderbar Hier ist deine Belohnung Nimm sie Achino-Soterik-Text Das ist die wichtigste Regel des Ashina-Stils Ich hoffe, er kann dir bei deiner Rattenjagd behilflich sein Und natürlich auch bei deinen eigenen Kämpfen Cool Der Ashina-Kampfstil Das ist unser Kampf Du gewinn dich, hoffe Okay, das war's auch schon Cool Ja, gern geschehen Mit Ratten sind doch dann wahrscheinlich echt Spione gemeint, oder? Wir reden mal mit der Frau Hat die noch was Neues zu sagen, oder? Achso, shit Nun denn, der da so ist Okay Okay, ciao Einfach mal eine Gebetsbälle da oben drin Mega Hat der noch was Neues hier? Wollt Okay Ich glaube, wir sind insgesamt schon mal besser unterwegs als beim ersten Durchlauf, oder? Aber im ersten Versuch Ich bin eigentlich zufrieden Profi sagen wahrscheinlich Oh Gott, was tust du da? Aber ganz ehrlich Ich bin zufrieden So, sitzen Rasten 319 Ja, noch eine Gebetsbälle haben wir wieder am Erleben Sieht doch ganz gut aus Wobei, wartet mal kurz Ist jetzt doof, was wir wieder zurücklaufen, aber Man kann bei den Übungen voll gut Erfahrungen fahren, da oben Äh, nee Achina Kampfkünste Gewährt die Kampfkunst Ichimonji Führt einen schweren Überkopfschwertschlag aus Fügt in Haltung schweren Schaden zu Stellt die eigene Haltung mit einem starken Vorwärtsschritt wieder her Die unbeirrbare Beherrschung dieser Technik macht die Stärke des Achina-Stils aus Einmal gemeistert Kann sie sicherlich verbessert werden Ja, wir sparen aber mal, oder? Ich weiß es nicht Das ist schon eine aktive Fähigkeit, ne? Das sind beides aktive Fähigkeiten Das ist so doof, weil ich das so niemals mache Greifhakenangriff So ein Quatsch Schattensturm Die Geheimtechnik des Shinobi-Stils stammt vom großen Shinobi persönlich Entfessel deinen starken Stoß mit großer Reichweite Und benutzt den aufgespießten Gegner als Plattform, um himmelwärts zu springen Sei wie ein jagender Uhu Und steig wieder empor, wenn du deine Beute erlegt hast Beim Sprung werden Geistembleme verbraucht Ich weiß es nicht Ich weiß halt nicht, was hier noch so kommt Wir sparen mal Wir brauchen jetzt aktiv nix Wobei natürlich das mit dem Mikiri-Konter Ganz ehrlich, aber Ich weiß halt nicht, wie viele Gegner noch kommen Für die es Sinn macht, den zu können Bleiben die tot? Nö Das ist voll viel Erfahrung, ne? 80 Stück Das ist voll Das ist voll Okay, da war das Problem Der andere hat uns gesehen, weil der da so Doch sehr ungünstig steht Ah Archons konfect Why not? Ich weiß nicht, was hier ist 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 Wo war jetzt der andere? Hey! No way, das ist wieder voll... Alter, dieses Spiel. Die Scheiße meine ich jetzt schon wieder. Okay, das müssen wir nicht schleichen, oder? Ist das wirklich so dumm, dass man dann echt sneaken muss in dem Moment? Oh Mann, das ist schon der nächste Gegner, oder was? Scheinlich, ja. Oh, guck mal hier. Konfekt und Eisenschrott. Oh, ii! Nee, nee. Ciao! 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 Also da vorne war es halt irgendein starker Gegner auf uns. So viel ist schon mal klar. Das macht halt aktuell echt verdammt viel Spaß, ne? So viel ist es. Sorry Da kommt irgendein Bosskampf, oder? Ja, nee, komm Nee, 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 nee Nee, wir machen das lieber so, dass wir erst einmal Nee, 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 bevor wir jetzt Das wäre ja, nee, wir haben gerade mal die Hälfte Der, ähm, der Kürbisflaschen Das ist ja Quatsch Aber die Ladezeiten Echt happig sind, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt PS4-mäßig ist, oder so Aber, na gut Haben wir eigentlich automatisch Ah, okay, man rastet automatisch, wenn man reist Good to know Ja, okay Das war's für heute. Das war's für heute. Das war nur für's Protokoll. Ja, grundsätzlich ist es ja gar nicht verkehrt. Das war's für heute. Wir müssen gleich in irgendeinen Bosskampf reinstruggeln. Reinstruggeln, ihr wisst schon. Wir gehen mal wieder davon aus, dass wir es nicht beim ersten Versuch schaffen. Das war jetzt schon meine Schuld. Gut. Gut. Ich, warte mal. Ist gerade die Luft sehr trocken. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Creme in mein Gesicht schmieren. Können wir auch gerne den hier machen. Ah, jetzt geht's mir gleich besser. Sehr schön. Drei Fähigkeitspunkte. Ja, aber insgesamt sieht's doch ganz gut aus. Außer unser Lebensbalken, der ist immer noch echt klein. Das ist immer noch ein bisschen. Ja, das ist immer noch ein bisschen. Ernst? Tschau Ja, aber wenn wir jetzt wirklich sterben, wäre die halbe Erfahrung weg, ne? Das wisst ihr ja, deshalb strategisch clever Das einfach so machen Aschina Burg, okay Ja Ja Da Dramatische Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das hat denn so einen extremen Autofocus, was man jetzt... Kann ich den Parryen oder...? Nach hinten? Warum... Also das Weghuschen ist wirklich manchmal eine Pest. Achtung des ZDF für funk, 2017 Ich will mich nicht aufregen Aber es ist wieder Es gibt halt diese typischen Kämpfe Da sieht man halt perfekt Was mein Problem mit diesem Spiel ist Und das war jetzt so ein Kampf mal wieder Weil der hat so einen unnatürlichen Autofokus auf einen Und dreht sich genauso in die eigene Richtung Wie man es selber mit Gegnern macht Was mega blöd aussieht Auf der einen Seite Und auf der anderen Seite halt zum Spielen Und einfach keinen Spaß macht Aber das kann uns doch eigentlich alles hier egal sein Oder? Können wir uns einfach durchrushen theoretisch? Fick dich doch, Alter Haha, ihr seid so dumm, Alter Nicht aufstehen? Toll Das ist Das war's für heute. Okay, also mit Gegnern im Schlepptor reingehen ist auf jeden Fall keine clevere Idee. Die kommen einfach mit. Na gut, das war jetzt eher zum Ausprobieren. Ja, ich glaube, das ist der erste so ein bisschen Nervgegner tatsächlich, weil der hat so einen unnatürlichen Autofokus, das wirkt extrem nervig. Aber wir kriegen das hin. Ich finde jetzt generell seine Kampfmechanik nicht ganz so geil, aber es ist... Ein anderes Thema. Hey, Hunde auch noch, geil. Alter. Also es ist okay. Also der Weg zum Boss ist okay. Da will ich mich nicht beschweren. Ich bende mich mal aus. Und stuckel mal ein bisschen Katjes. Für die Nerven. Mh, lecker. Ich bin ganz klar, Tschüss. Ich bin ganz klar. Okay. Okay. Die Hitbox. Nein, nicht die Kugel. Nein. I don't know, was ein scheiß Gegner. Nein, nicht die Kugel. Nein, nicht die Kugel. Nein, nicht die Kugel. Ich glaube, jetzt schaffen wir es. Nein, nicht die Kugel. Ich glaube, einer meiner größten Probleme ist immer noch, dass ich meine, dass man manche Sachen nicht blocken kann. Hätte sogar geklappt. Ich will sowas Feuerwerk auch verbessern, oder? Ich werde es dann ein bisschen effektiver. Nein, nicht die Kugel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Cool, danke Hallo? Hallo? Dafür braucht es Macht aus einer anderen Quelle Von allen, die von der Drachenfäule befallen sind? Das nehme ich an Alle Opfer der Drachenfäule wurden der natürlichen Lebenskraft beraubt, die allen Menschen inne wohnt und ihnen das Leben ermöglicht Ihr Blut steht still Gibt es eine Heilung? Ja Ihr müsst zurückgeben, was genommen wurde Bitte sehr Tropfen Drachenblut Erholungsamulett Ein von Emma hergestelltes Drachenfäulerholungsamulett Mit diesem Amulett kann man an einer Figur des Bildhauers einen Tropfen Drachenblut opfern, um alle Befallenen zu heilen Enthält Blut eines Drachenfäulopfers, das von Emma gereinigt und zu einem Blutstein gehärtet wurde Entschuldigung Mit einem Erholungsamulett kann bei einer Figur des Bildhauers Drachenfäule geheilt werden Drachenfäule wiederherstellung kostet einen Tropfen Drachenblut Und heilt Betroffenen von Drachenfäule, entfernt alle Fäuleessenzen und setzt die Wahrscheinlichkeit für göttliche Hilfe auf den Standardwert zurück Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf Dankeschön Es gab früher schon mal eine Drachenfäule-Epidemie in Ashina Damals wurde kein Heilmittel gefunden Jeder, der sich angesteckt hatte, musste sterben Ich verstehe Ich hoffe, dass die Entdeckung des Heilmittels sein Bedauern ein wenig lindern kann Okay Wiedersehen Bildhau Ewig Okay Ein verbessertes Feuerwerk mit Sprungfehler verbraucht Geistembleme Erzeugt ein lautes Explosionsknall mit Blitz, der Feinde zurückschrecken lässt Und die Haltung von Tieren Schaden zufügt Wenn man den Fehlermechanismus auflädt, wird das Schießbohr effektiver und verteilt die Ich hoffe, es bringt was Information der Stufe 3 freigeschaltet Fehlergeladenes Flammenrohr Ja, das macht ja noch keinen Sinn aktuell Danke Das ist halt schon wichtig, denn man muss das tatsächlich auch wechseln, sonst hat man immer das alte ausgerüstet Okay Drachenfäule-Wiederherstellung Das Menü Drachenfäule-Wiederherstellung wurde der Figur des Bildhauses freigeschaltet Verbrauch einen Tropfen Drachenblut, um die Gesundheit aller, die von der Drachenfäule befallen sind, wiederherzustellen Wo sehen wir denn, wie viele wir haben? Hier gar nicht, das ist ja blöd, oder? Geistembleme? Nö Hm Können's ja gerne einmal machen Göttliche Hilfe, 30% Ja Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht demnächst wieder sterben, ne? Dann wär's halt ne Verschwendung gewesen Reisen Äh Ja, es ist im Nachhinein ein etwas merkwürdiger Kampf Ich überleg auch die ganze Zeit Wir bräuchten eigentlich irgendetwas Ja, es ist im Nachhinein ein etwas merkwürdiger Kampf Kommen wir einen Fähigkeitspunkt zusammen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut möglich, oder? Deshalb, ihr merkt, dass wir machen das ganz entspannt und nehmen auch wirklich lieber Fähigkeitspunkte mit, als jetzt auf Zeitgeschwindigkeit hier schnell durchflaschen zu wollen. Ich glaube, das ist nämlich ein großes Problem, was man bei Sekiro nicht machen sollte. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was man bei Sekiro nicht macht. Ja, dann haben wir nämlich auch... Oh, Eisenschrott. Sehr schön. Kann man das hier so gut farmen gerade? Warte. Ähm, cool. Wo komme ich das denn jetzt hin, dich zu sneaken? Nee, weil ich immer daneben rutsche irgendwie. Stufe auf Stieh, also Fähigkeitspunkt. Okay. Ja, der Weg ist nett. Also wenn man das so ein bisschen clever macht, dann ist der Weg wirklich in Ordnung. Und wir machen es! Na, auf die Frage. Dann fahren wir mal. Eben, es geht darum. Bist du, die Schreiber? Bist du ganz toll? Bist du mal? Bist du mal? Bist du mal? Bist du mal. Bist du mal? Das war's. Das war's. Ich mach halt irgendwie zu wenig Schaden, hab ich das Gefühl. Und ich heile mich immer im ungünstigsten Moment irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich hab's irgendwie grad mit dem Timings auch nicht so wirklich. Ich hab mal gehört, ich schwör's euch. Das war's. Das war's. Die Hitbox sind eine Katastrophe. Das war's. 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 Wee-Dee. Wee-Dee. Shit. 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 Shit shit! Klar können wir jetzt die Kügelchen hinlegen und die Kugeln verschwenden, aber ob das so Sinn macht? Ich bin der Kugeln. Scheiße Aber was soll ich denn machen, ey? Oh man, 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 ist das kacke Wenn er sich doch einmal noch gesickert hätte Oh, ist das nervig Oh, ist das furchtbar Die ganze Heilung weg Oh man, die ganzen Kügelchen Oh man, die ganzen Kügelchen Wartet mal eben. So, mal eben die Heizung untergedreht, obwohl die Eis kalt war. Hätte ich mir auch sparen können. So. Und die Jacke mal ausgezogen. So. 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 Shinobi Medizin Rang 2. Latente Fähigkeit Heilwirkung erhöht. Yay. Alter. Sehr nett, dass du mir das Tor aufmachst. Danke. Äh, ihr. Ach, come on. Bin ich verarschen gerade? Ihr Spasten, ey. Entschuldigung, sag mal nicht. Sonst geht's aber noch, ja? Ei, ei, ei. Ist hier... Ja, Gott sei Dank. Mit dir rede ich gleich, ja? Okay, Leute, wir machen hier mal einen Schnitt. Ich brauche eine Pause. Eine 10 Sekunden Verschniefpause. Gut, das war, ähm... Der brennende I... Äh, Ibar. Bulle. Brennende Bulle. Es war okay. Come on, es war okay. Warum müssen die Tür jetzt wieder zu? Wie blöd ist das denn, dass sie nicht offen ist? Hä? Wie doof ist das denn gemacht? Äh, eine kurze Frage. Wie viele haben wir davon im Lager? 15, das ist nicht viel. Na gut. Alles klar, wir machen hier beim nächsten Mal weiter, reden mit dieser weihenden Person und werden uns ein bisschen die Burg, äh, ansehen. Ich freue mich drauf. Das wird super. Jetzt haben wir wieder ganz viele Wege tatsächlich. Gut, wir haben es geschafft und, ähm, wir haben auch bald 5 Fähigkeitspunkte. Keine Ahnung, was wir dann damit machen. Müssen uns mal überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mit Sikiru. Zikiru. Ciao. Bis zum nächsten Mal.